Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Mein Name ist Antonia Einzinger und ich bin aktuell noch die amtierende Miss Beauty Fam. Nächsten Samstag, am 4.11. ist es soweit. Da darf ich dann meine Krone und meine Stärpe abgeben an die neue Miss Beauty Fam, die dann 2023-2024 amtieren wird. Heute starte ich mal die Moderation hier, nicht der liebe Maxi. Der Grund ist, ich durfte heute auch, so wie auch die letzten Tage und auch noch die nächsten paar Tage hier auf der Fashion Stage in Nürnberg die Moderation leiten, die Mode ankündigen. Heute hatten wir drei verschiedene Shows. Zum Anfang hatten wir einmal Abendmode, dann ging es weiter mit italienischer Mode und zum Abschluss wurden die Kleidung, die Couturkleider von Madame Empty Couture präsentiert, von unseren tollen Models, haben sie echt super gemacht. Und ja, ich gebe mal das Mikrofon weiter. Ja, danke Antonia. Es ist wirklich mal was anderes, wenn man nicht zu Beginn die ersten Worte ans Publikum richten muss. Wir sind natürlich hier mal in einer anderen Location als gestern. Wir stehen gerade hinter der Bühne im Backstage-Bereich der Fashion Stage Nürnberg auf der Konsumenta in der Halle 4a. Du hast es gerade schon sehr schön gesagt, du durftest die letzten Tage moderieren. Du wirst auch die nächsten Tage uns auf der Bühne noch ein bisschen begleiten. Man sieht es im Video auch immer wieder mal eingeschnitten, dass du da echt einen guten Job gemacht hast. Nur es ist ja ein bisschen ein lachendes und ein weinendes Auge dabei. Denn du musst ja, wie schon erwähnt, deinen Titel abgeben und darfst ihn überreichen an die nächste Miss-Beauty-Film. Wie geht es dir damit? Bist du da mit gemischten Gefühlen dabei oder freust du dich für die neue und für dich dann auch für neue Aufgaben? Ich glaube, das weinende und lachende Auge trifft es ganz gut. Ich freue mich über die ganzen Erfahrungen, die ich dieses Jahr sammeln durfte. Also es waren ja ein Highlight, hat das nächste Jahr gejagt. Also hat man ja auch gut mitverfolgen können. Ob es jetzt Berlin, Magdeburg, Gardasee, Bodensee, Mailand als absolutes Highlight von den Fashion Shows gewesen ist. Also da habe ich wirklich viele Erfahrungen sammeln können, konnte enorm wachsen als Person und ja mich super weiterentwickeln. Und deswegen freue ich mich, dass ich diese Möglichkeiten dieses Jahr nutzen konnte und bin natürlich aber auch traurig, dass es jetzt vorbei ist. Wobei ganz vorbei ist es ja trotzdem nicht. Ich bin ja trotzdem die Miss-Beauty-Film für 2022, 2023 gewesen. Werde ich auch immer sein, das kann mir niemand mehr nehmen. Und ja, solche Sachen wie jetzt die Moderation oder weiterhin als Model für Kings and Queens Company oder Madame M.G. Couture werde ich natürlich erhalten bleiben. Deswegen freue ich mich natürlich auch sehr auf die neue Miss-Beauty-Film. Ich bin sehr gespannt, wer sich alles mit beworben hat und wer dann letztendlich das Rennen macht und diese einmalige Chance nutzen kann, um für 2024 Miss-Beauty-Film sein zu dürfen. Ich bin sehr gespannt, wer heute gesehen hier auf der Bühne. Und zwar da hat man das Horror-Umstyling. Du darfst gerne mal einen Schritt nach vorne gehen, dass man dich da auch noch mal besser sieht. Das wurde heute bei uns kreiert. Ich weiß gar nicht, wie viele Stunden hat es gedauert? Wie lange habt ihr gebraucht? Vier Stunden hat es gedauert, ja. Vier Stunden ruhig halten und sich umstylen lassen. Aber es ist schon der Wahnsinn. Das sieht so echt aus, diese Wunden. Das ist wirklich der Hammer, oder? Antonia, was sagst du? Also es ist natürlich einmalig, dieser Look. Also es ist nichts Alltagstaugliches. Wurde auf der Bühne auch schon vorgestellt. Also da wirklich so lange ruhig zu sitzen, da wäre ich glaube ich auch viel zu ungeduldig. Also ich mag es geschminkt werden und auch bei den Haaren. Aber das ist natürlich schon ein wilder Look. Aber für Halloween denke ich optimal. Und das ist natürlich super, wenn man mal trotzdem so eine andere Seite von sich auch kennenlernt. Ich habe jetzt für euch noch ein paar Ausschnitte des heutigen Tages vorbereitet gehabt. Unter anderem auch das Highlight. Das schiebe ich euch jetzt vor. Das kriegt ihr als erstes zu sehen, weil die Bilder sind der Hammer. Bei mir auf Instagram habt ihr auch schon eins gesehen. Das habe ich nämlich vorhin schon hochgeladen. Wenn nicht, dann natürlich da mal vorbeischauen. Ich verlinke es euch unten, dass ihr das leichter findet. Und da gerne auch mal ein Like oder einen Kommentar mit dazu da lassen, weil die Mädels von der Monika Gruber von der Kings & Queens Company, die leisten da wirklich großartige Arbeit. Gerade in diesem Style, in diesem Umstyling. Das ist wirklich der absolute Wahnsinn. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Recap des heutigen Tages. Und wir verabschieden uns heute von der Consumenta und wünschen euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank! Chris & Spaß über main Ortiz Vielen Dank. Vielen Dank.